Wir sind doch weg da! Wohb ich den Diffuser? Ich will den nicht. Doc hat Lisa angeschossen weil er meine Juicygrund bekommen wollte. Böööö Aber stopp, stopp Ja, weißt du das schon mal to charge, ne? Wenn wir es so... Ähm... Ja, warte, wo ist dein Tochter? Gibt's nen Plan? Ja, Marcel, ich will Marcel, mach nicht mal lernen, schieß jetzt... Ne, warte Marcel, wer bist du? Schieß mal durchgängig, Achtung, schieß mal durchgängig Warte, da bin ich! Okay, jetzt reicht, reicht, reicht Ja, warte, bevor du hast, ja? Ich muss noch... Warte, nicht fusen, nicht fusen! Nicht fusen! Darf ich nicht fusen? Nein! Warum? Ich will mal was gucken... Nicht fuser Vielleicht wird? Wurde gewandt? Warte, im hit... Cover das Machen! Ich von hinten! Oh mein Gott... Nein, fast! Fast Run! Seid mal leise, seid mal leise. Seid mal leise. Marcel, du geh auf dem Skylight auf. Marcel am Skylight? Ja. Geh doch weg da. Ja. Wait steps. Explain me, how the fuck is he not dead? Wo denn, wo denn? Im Little Room. Was heißt Little Room? Rechts, äh, Closet. Oben wäre der Headshot, wenn du willst. Just a little trick. Die ist rausgemacht. Auf dem Deck nur einer. Nein, das wäre mein Ace gewesen. Wo ist der? Äh, lit, äh. Wappelt. Window, guys. One side eye. Alter, Ols, ob wir das noch verlieren. Musst du das kor- ey, warum peekst du denn da? Wie oft hab ich dir jetzt gesagt Skylight? Also 10 mal reicht der. Er ist Skylight right now. Er ist droning Skylight. Er ist droning Skylight. Droning's coming to you. Droning's coming to you. Droning. Thomas coming. He has to drop dude. He has to drop. Oh my god. Atevet Pick on. Wait. He has to plant you. He dropped. Nice. Op 4 eliminiert. Mission erfolgreich. So, der Fuse of Red, Digga. Nichts wird die Kroll. Der Fuse of Red, Kumpf, no. Blenden, Blenden auf A. Unser Team ist irgendwie VIP, Carido auch. Ja, mir wird's halt rum zu toll. Woher soll ich denn sein? Ja, weil sie ins die Tür rausfliegen. Erstmal einfach mal fliegen. Woher soll ich jetzt aufm Blatt machen? Bist du überhaupt? Wer bist du? Ich bin da und hinter euch. Hinter uns, ja. Ich hab die Fuse. Ja, geh, dann geh zum Blick. Ich hab's gesagt, wirf deine scheiß Flashes durch, nach links in den Hallway und dann geh rein und plant. Was war jetzt so schwer? Nein, das ist nicht Kuchen. Das ist Tiles. Das ist Kuchen Hallway, dude. Das ist Rando. Das ist Rando. Das ist Rando. Das ist ja, ich hab's gesagt. Das ist ja so gut. Das ist ja so gut. Wenn du etwas willst, was du willst, geh'n und dann nicht nur in der Fall. Das ist ja so gut. Das ist ja so gut. Wenn du etwas willst, was du willst, dann geh'n. Anliegen eigentlich nicht. Deine, die Männungsung auch nicht, ey. Komm einfach zu mir, oben. Hm? Die Männungsung auch nicht, ey. Ich kann das irgendwas, ne? Ja, aber was? Ich brauch'n C4 im Raum, weil wenn die oben aufmachen, dann musst du eigentlich C4. Ich hätt' C4, zu einfach. Ich mach'n C4, zu einfach. Ich mach'n C4, komplett. Ich mach'n C4. Ich mach'n C4. Ich mach'n C4, zu einfach. Ich mach'n C4. Ich mach'n C4, oder? Ich mach'n C4. Ich mach'n C4, oder? Ich hab noch mehr Boah, minekiss ich auch nicht Die Krasse war auch schon gelaufen Die ist aufgegangen bitte Was noch der Wand? Marcel? Marcel, hast du ne Wand? Marcel Nein, hab ich nicht, die wird zerstören Kannst du eine wegmachen? Wo? Ich hab grad 10 Headshots an ihm gezahlt Ich weiß nicht, wie du das glaub Du risky Jetzt musst du Vorhinten weg Jetzt machst du Zugang frei Jetzt machst du die von vorne bitte wieder, nicht von hinten Ach Ash ist oben Ich hab einen über mir getötet. Fuse ist über mir erfinden. Fuse ist aber auf der Ejective. Müsst ihr wissen ob jemand im B ist? Unbekannt. Jetzt bekannt. War das Fuse? Der war auch auf auf. Nice. Ich hab ihn nur troppten. Was ist das Fuse? Ich kann sie werfen. Okay, ich mach diesen. Müsstest du eigentlich den Hedge aufmachen können. Bin ich realforce? Nach dem jetzt. Wollen wir mal gucken wo alle sind. Bin jetzt eigentlich oben oder irgendwo nicht? Neue. Ich hab einen Mute Jammer, kann ich weiter. Fuse ist weg. Bitte GTA? Nein. Ja, mach sie nicht. Hallo, vorliegen euch. Ich hilfe euch! Ey kann das keiner vom Hedge mal covern? Ich war da. Ich weiß ihn wie das nicht. Guck dir in den Händen wieder! Guck dir in den Händen wieder! Guck dir in den Händen wieder! Ja natürlich! Ja wie vorhin! Du ne! RIP! F**king New Horns oder Wixer oder Wixer oder Wixer! Wohin jetzt! Karma! Ich bin bloß! FENIC! Ich hab ihn nicht gehört! Er ist hart rechts! Du hast drei Flashes, Marcel! Geh die Luft würd ich mal sagen! Er ist rechts im Zicker! Werf da eine rein! Da sind zwei! Beide! Oder? One right, one left! One right! Es war mir klar! Behind you man! So slowly! Also Marcel, was jetzt an dem Call so schwer war... Also gut! Es war gecalled, dass er rechts ist! Close rechts! Du wusstest, dass er seine Shotgun hat! Muss ich jetzt echt den Aids Angle spielen? Ach come on! Ein Squeez! Ein Squeez! Ich spiel da meinst du! Wohin, die sind zu Blackbit gewontabt worden! Meinst du den? Meinst du den? Meinst du genau den? Was? Den Angle, den sie vorhin gegen mich schon gespielt haben, wo sie mich mit Blackbit gewontabt haben! Was? Den Shield Angle? Ja! Ah ja klar! Den spiel ich immer! Ja! Blackbit hab ich davor... also ich wurde einfach als Blackbit gewontabt! Was im Blackbit jetzt? Es ist schon komisch! Ich schreibe... ich schreibe... ich sage das im... Ich sage das im... ... und dann werde ich mir gefragt, ob ich im ESL nur Blitz spiel! Haha! Und ich hab übrigens... ich hab übrigens... äh... Wie heißt nochmal was Steiko benutzt hat? Makro! Ja, ich hab Makro übrigens mit Blitz! Also... Wofür? Wofür ist denn Makro? Nix! Wofür ist denn? Ja! Ich hab ja mal... 16 nachschießen! Warum? Weil man 16 Schuss hat! Ja man kann es nicht normal einfach zu schlecht machen! Das hat jemand gesagt! Oh du! Jemand hat gesagt! Ich hab grad den ESL warum ich Makro benutze! Ich benutze aber keinen! Weil ich mir Blitz so schnell schieße, weil ich... teilweise... Best... 15 Schuss in der Sekunde hatte ich... 1x1... 15! Das musst du dir mal überlegen! Rampo! 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 Ich hab ja nichts ändere! Ich hab keine One-Tap! Aus Prinzip nicht! Weil es nicht so safe ist! Jo warte ich schick mir mein Match ist erst ab! You lieze Alter! Das geil! Wo macht Back denn auf? Jo! Wir sind grad noch drin! Das ist nicht der Mann nicht, der Mann nicht! Du hast euch das gerne gemerkt! Dich mache mich auf die Reihe! Weiss! Ich habe mich bei dir! Ich habe mich bei dir! Ich habe mich bei! Du bist! Ich habe mich bei dir! Ich habe mich bei dir! 3 in P.A. 3 in P.A. Nick was von links auch ein bisschen. Ja! Ich bin so schnell da, Alter! 3 in P.A. 1 in P.A. 1 in P.A. Weißt du, du hast doch nicht vererregt. Tridge, geh in den Füße rein. Don't mark! Ah nice, Wargann kaputt. Thanks, Bay. Muss ich wegmoven. Ab 4, Last Obstanding. Lasten Zicker könnte entweder Füße oder Hormel kommen. Töhn. Nicht der Booster, der Carrier zu gehen. Boah! Won't you run, man! Ich lange zu ihr, aber wechsle ich immer erst die Waffe, bevor ich wegrenne. Oh leil. Hat mir schon aufgemacht. Lass mich noch da gucken. Du musst da nicht stehen. Ganz mit dem oben, der Technik. Um den Hedge aufzumachen. Marcel, kommst du? Ja. Hella, 2nd floor. Rear. Rear. 5 stairs, Hella. Wir sehen uns, dass ich es gebrochen habe. Wir sehen uns, dass ich es gebrochen habe. Nein, nein, du bist die Bahn. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Was soll ich jetzt machen? I don't know. Nach deinem Mates sogar gedroht haben. Niesel und Ella, Top Floor kann nur Bandit unten sein, ne? Ja, Bandit ist in Zeit. Drop Diffuser, Marcel soll reingehen blenden. Oh mein Gott. Hier, Marcel. Direkt rein, komm, 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 komm. Der hat rechts aufgemacht. Geh am besten... Nein, ich blende es durch. Gut, durch. Hast du ne Drohne drauf? Ne, jein, ich kann sagen, wenn jemand... Ne. Das war auch von der Lobby rein, das ist... Ja, ein bisschen sehe ich was. Hab ich ja nicht sein, mit dem... Egal, der Mädchen. Ruhe, Ruhe. Schönen. P.G. Ein, zwei, zwei Kills, Digga. Was los mit dir, Alter? Hast du nichts gemacht? Nein, du. Du hast es davor, der 16. Lauf, A's. Hau dir einfach noch das Ape, Alter. Junge, manchmal bist du nicht normal, Alter. Habt ihr gewonnen? Ein, zwei, zwei, zwei Kills, Alter.